Tief durchatmen und sich salzhaltige Luft um die Nase wehen lassen, steigert das Wohlbefinden und erhöht die Lebensqualität. Das Wirkungsprinzip des Salzes ist seit Jahrtausenden bekannt und wird im Salzdom Nordhausen angewendet. Wir erzeugen einen Solenebel, der ihre Atemwege befeuchtet und tief in die Lunge eindringt. Leider sind Atemwegserkrankungen weit verbreitet. In Kooperation mit dem Salzdom bieten die Mitarbeiter der Apotheke am Theater eine fachliche und kompetente Beratung an. Genießen Sie die bewährten Eigenschaften des Minerals bei sanfter Musik und wohltuendem Lichtspiel. Lassen Sie Geist und Seele baumeln in einer besonderen, gediegenen Atmosphäre. Alle Annehmlichkeiten des Salzdoms können auch Sie mit Freunden nutzen, für Ihr privates Event oder zu einer Familienfeier. Wir wünschen gute Erholung und das bei jedem Wetter. Salzdom Nordhausen. Die Kur ohne zu verreisen.